43% Rentensteigerung bis zum Jahr 2037. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, wir hören ja nun fast jeden Tag immer nur schlechte Nachrichten, dass die Renten gekürzt werden sollen und dass die Mütterrente gekürzt werden soll und dass die Rentner die Zeche zahlen sollen dafür, dass das Bundesverfassungsgericht den Bundeshaushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt hat, dass 60 Milliarden Euro fehlen und da finde ich, ist es eigentlich auch mal ganz gut, dass man mal gute Nachrichten verbreitet, unter anderem auch die. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass die Renten weiter steigen werden. Die Bezüge von 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner dürften auch in den kommenden Jahren steigen. Laut dem neuen Rentenversicherungsbericht gibt es rund 43% mehr Rente bis zum Jahr 2037. Das sind pro Jahr durchschnittliche Steigerungsrate 2,6%. Im Übrigen alles nur Schätzungen und Prognosen. Für nächstes Jahr soll es ja wohl laut dem Rentenversicherungsbericht rund 3,5% geben. Auch das ist nur eine Schätzung, ob es dann tatsächlich so kommt, ist eine völlig andere Sache. Was aber ganz wichtig ist, laut dem Rentenversicherungsbericht bleibt der Beitragssatz bis 2027 bei 18,6% ganz stabil und wir haben eine Rücklage von 44,5 Milliarden Euro als sogenannte Monatsreserve in der Rentenkasse, was auch so schlecht erstmal nicht ist. Das entspricht auch den Erwartungen, die wir bisher aktuell haben an den Zahlen und an den Finanzen der deutschen oder der gesetzlichen Rentenversicherung. Meine Damen und Herren, ich selber kenne den Rentenversicherungsbericht inhaltlich noch nicht, aber die Bundesregierung hat diesen Rentenversicherungsbericht wohl beschlossen und der wird dann auch in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Und wenn er dann kommen wird, werde ich darüber auch nochmal berichten und werde dann auch nochmal in die Zahlen und in die Details mal reingehen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein, 43% mehr Rente bis 2037. Ja, warum nicht? Können wir alle gut gebrauchen oder die Rentnerinnen und Rentner, auch die Neurentner können das alles gut gebrauchen. Ob es denn tatsächlich so kommt, ist noch eine völlig andere Frage, das wissen wir nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel.